Was ist besser? Überleg mal. Bad-Boy-Image, Bad-Girl-Image oder von allen gemocht werden? Lass uns da mal drüber nachdenken. Weißt du, wenn ich so mir die Gesellschaft angucke, dann habe ich ein bisschen Sorge, weil irgendwie scheint es so zu sein, als könne man nicht mehr so richtig sagen, was man will. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar sind, dass wir für die Dinge, die uns wichtig sind, einstehen müssen. Ganz klar einstehen müssen. Du kannst nicht einfach nur wachsweich daherleben und dann immer den Mund halten. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaube, wir können trotzdem freundlich sein. Wir können klar unsere Meinung sagen, aber trotzdem können wir das freundlich tun. Wir müssen andere nicht verletzen. Aggressivität ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber einige der aggressivsten Menschen, die ich kenne, sind sehr freundlich aggressiv. Das heißt, aggressiv in dem Sinne, dass sie ganz aggressiv für ihre Meinung eintreten, aber mit freundlichen Worten. Wir müssen andere nicht beleidigen. Wir müssen andere nicht verletzen, um unsere Meinung zu sagen. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der hat eine Erfahrung gehabt, die ihm das gelehrt hat. Und ich finde die sehr bemerkenswert. Er ist als junger Mensch mit seinen Großeltern Auto gefahren. Und aus irgendeinem Grund hat er seiner Oma deutlich die Meinung gesagt. Und er war total im Recht, war seine Meinung. Opa ist auf die Bremse getreten, hat das Auto angehalten und hat gesagt, komm mal raus, junger Freund. Und er hat ihm gesagt, pass mal auf, deine Oma, meine Frau, die ich über alles liebe, die weint jetzt. Und das ist nicht in Ordnung. Das gefällt mir absolut nicht. Es geht gar nicht darum, ob du Recht hast, sondern wichtiger ist es, nett zu sein. Dann hat Jeff Bezos sich das sehr zu Herzen genommen. Und wenn du deine Unternehmenspolitik siehst, ich will sie nicht beispielhaft anführen, aber sie ist sehr erfolgreich. Und Jeff Bezos ist gleichzeitig immer freundlich. Du wirst den nie ausgeflippt erleben. Was ich dir sagen möchte ist, auf der einen Seite sollten wir klar unsere Meinung vertreten. Auf der anderen Seite aber sollten wir freundlich sein. Das ist eins meiner großen Lebensziele, Freundlichkeit immer zu behalten. Gelingt mir das immer? Nein. Ich sage dir, es ist ein Lebensziel. Und vielleicht ist es auch ein Ideal, dem man sich immer nur weiter annähert und nie völlig erreicht. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges, ein wirklich wichtiges Ideal. Und beide Punkte, die wir heute miteinander besprechen, sind mir gleich wichtig. Das eine ist, sei kein Duckmäuser. Und das zweite ist, sei freundlich.